Willkommen bei Mathematik macht Freunde. In diesem Beispiel geht es darum, mit Hilfe von Eigenschaften und Funktionen sich ein Bild des Funktionsgrafen zu machen. Ähnlich wie bei einer Geschichte, die einem erzählt wird, wo dann eine Vorstellung im Kopf entsteht, soll auch hier eine Vorstellung des Graphen entstehen. Gehen wir direkt zu diesem Beispiel. Wir haben einmal gegeben, dass wir eine Polynomfunktion haben. Die geht vom Intervall minus 3,3 nach r und hat eben folgende Eigenschaften. Der Graph der Funktion f ist symmetrisch bezüglich der senkrechten Achse hier. Das heißt, wenn wir hier die Symmetrie haben, reicht es uns eigentlich, die Funktion in dem positiven Bereich von 0 bis 3 zu zeichnen und dann können wir spiegeln und praktisch die Funktion im negativen Bereich zeichnen. Die zweite Eigenschaft, die uns gegeben ist, ist, dass die Funktion im Punkt 2,1 ein lokales Minimum hat. Das heißt, wir können uns gleich diesen Punkt 2,1 einzeichnen. Ich habe hier den Punkt 2,1 und merken uns, dass sie hier ein lokales Minimum hat. Das heißt, die Funktion wird hier fallen und hier steigen. Dadurch, dass die Funktion symmetrisch ist, kann ich hier gleich bei Minus 2,1 ein weiteres lokales Minimum einzeichnen, weil die y-Achse hier eine Symmetrieachse ist, wegen der ersten Eigenschaft. Nun lesen wir uns hier die dritte Eigenschaft durch. Da steht, der Graph von f schneidet die senkrechte Achse in Punkt 0,3. Markieren wir uns nun den Punkt 0,3. Hier wird die senkrechte Achse, also die y-Achse geschnitten. Nun besteht die Aufgabe darin, dass wir in diesem Koordinatensystem, wo ich schon die Punkte, die oben erwähnt worden sind, eingezeichnet habe, den Graphen, einen möglichen Graphen einer solchen Funktion f zeichnen. Das heißt, wir wissen, wir haben hier ein lokales Minimum und hier auch ein lokales Minimum. Das heißt, die Funktion wird hier in diesem Bereich steigen, dann fallen und dann wieder steigen. Sonst hätten wir hier kein Minimum. Das heißt, ich zeichne einfach einmal den positiven Bereich. Ich habe eine Funktion, die hier fällt, das Minimum erreicht und das Minimum erreicht und dann steigt. Und genau die gleiche Funktion hier auf dieser Seite, dieser gleiche Teil soll auf der anderen Seite hier gespiegelt werden. Erreiche das Minimum und auf der anderen Seite. Also hier fällt, die Funktion steigt, bis hier den Punkt 0,3 erreicht, fällt wieder und steigt. Die beiden Punkte hier, bei der Stelle minus 3 und bei der Stelle 3, müssen auch die gleiche Höhe haben, damit die Funktion auch wirklich entlang der y-Achse gespiegelt ist. Das heißt, wir sehen, anhand von diesen drei Eigenschaften, die uns genannt worden sind, können wir uns schon eine Vorstellung des Graphen machen und schon den Graphen zeichnen. Ich wünsche noch viel Spaß beim Üben von Zeichnen von Funktionsgraphen.